Ich stelle euch meine Sonne vor. So verkündete Shakira, 45, im Frühling 2011 ihre Beziehung zur Fußballstage Rapique, 35. Jetzt ist die Liebessonne untergegangen, elf Jahre und zwei gemeinsame Söhne später gibt die kolumbianische Hitsängerin, Vaca Vaca, nun ihre Trennung bekannt, wir bedauern, bestätigen zu müssen, dass wir uns trennen. Zum Wohle unserer Kinder, die für uns an erster Stelle stehen, bitten wir um Respekt für ihre Privatsphäre. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Hieß es in einer Erklärung der Kommunikationsagentur der Künstlerin, aus der die spanische Zeitung El Periodico zitiert, was war passiert? Der Barca-Profi hatte offenbar eine Affäre und sie soll ihn in Flagrante erwischt haben, laut El Periodico lebt der spanische Welt und Europameister. 2010, 2012, daher seit Wochen wieder allein in seiner alten Wohnung in der Kelle Montana in Barcelona, Pike soll laut außerdem auch immer häufiger in verschiedenen Nachtclubs der katalanischen Hauptstadt gesehen worden sein. In den Clubs A Bling Bling und Patron, schreibt die Zeitung, wurde er in Begleitung anderer Frauen gesehen, der Barca-Star und die kolumbianische Sängerin hatten sich 2010 im Rahmen der Fußball-WM in Südafrika kennengelernt, seit 2011 waren sie offiziell ein Paar. Sie haben die gemeinsamen Kinder Milan, 9, und Sascha, 7, zuletzt hatte Shakira sämtliche Bilder mit Pike auf ihrem Instagram-Profil gelöscht. Sie sind und 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 24, 7, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 14, 15, 18, 14, 16, 14, 16, 16, 17, 17, 18, 17, 17, 18, 19, 20.